Du hast dich schon immer gefragt, wie du dein Geld in den Griff bekommst? Dann bleib dran, denn wir geben dir heute drei Tipps, wie du endlich deine Finanzen in Ordnung bringst. Tipp 1. Schau dir deine Einnahmen und Ausgaben an. Das kannst du ganz klassisch mit Kontoauszügen oder Haushaltsbüchern tun. Noch einfacher geht es aber mit unserer App Finanzblick. Die App ist kostenlos, sortiert deine Ausgaben automatisch und so verschaffst du dir innerhalb von Minuten einen Überblick über all deine Konten, Einnahmen und Ausgaben. Tipp 2. Liegen deine Ausgaben über deinen Einnahmen? Dann such nach Kostenpreis. Du hast zum Beispiel sinnlose Verträge, bezahlst für Videostreaming ohne dass du Videos schaust oder bezahlst für ein Fitnessstudio, ohne dass du zum Sport gehst. Dann solltest du schnellstmöglich oder hast du noch andere Kostenfresser wie Lifestyle oder Party? Dann hilft es dir, wenn du dir als erstes einen Überblick verschaffst und danach Ziele festlegst. Gib zum Beispiel 50 Euro im Monat weniger für Klamotten aus und lass einfach mal den Lieferservice weg. Tipp 3. Lege dir ein Notgroschen an. Einfach jeden Monat ein bisschen Geld zurücklegen und schon kannst du entspannter bleiben, wenn mal irgendwas nicht nach Plan läuft. Und wie genau das geht, erfährst du in unserem Notgroschen-Video. Schau einfach mal hier oben beim i vorbei. Du willst noch mehr Tipps rund um dein Geld? Dann abonniere jetzt unseren Kanal.